Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute ist ein recht entspannter Tag. Ich werde mal gucken was dieser Tag bringt. Vielleicht bringt er ja noch einen Kundentermin. Ansonsten werde ich jetzt erstmal gleich ein Nickerchen machen, weil ich bin irgendwie platt. Keine Ahnung warum. Danach wird er wahrscheinlich noch ein bisschen nach draußen gehen. Mal gucken, vielleicht ergibt sich da gleich noch was. Also nächstes Mal bis gleich. So, wie ihr sehen könnt bin ich auch im Sprung. Ich hatte nämlich gerade eine WhatsApp Nachricht bekommen von einem Kumpel, den ich schon länger nicht mehr gesehen habe. Und der hat mir angeboten ein paar Stunden Wellness zu machen. Er hat gesagt, du siehst so ein bisschen müde und gestresst aus auf deinen Videos. Ja, habe ich gesagt, okay dann machen wir doch. Und deswegen, ich werde jetzt gleich um kurz nach drei abgeholt. und kann euch leider nicht mitnehmen. Aber ich würde euch sagen, wie es gewesen ist. Also bis gleich. So ihr Lieben, heute mal nicht aus dem Büro, heute mal aus dem Wohnzimmer. Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, wie war es Johannes? War es entspannend? Tja. Entspannend habe ich mich zwar, aber weg war ich leider nicht. Also kurz nachdem ich die Videosequenz abgedreht hatte für den Vlog war, habe ich eine Absage bekommen. Und ja, was soll man dann noch großartig machen? Und ja, ich habe mich dann nochmal jetzt hingelegt, habe mich nochmal ausgiebig geduscht. Was man halt so macht. Aber man muss immer aus allen Situationen sein. Sie sind noch so aussichtslos das Beste machen. Ja. Und als nächstes werde ich ein bisschen arbeiten. Und ich glaube, ich muss mein Handy nochmal zurücksitzen. Da ist irgendeine doofe App drauf, die mir dauernd Werbung anspielt. Und das ist bei Android Handys leider immer so. Ich hoffe mal, dass meine zwei Lieblings-Apps, mit denen ich arbeite, das ist einmal Freema und einmal WhatsApp for Business. Das ist die beiden Apps, also sprich WhatsApp for Business, das ist er bald endlich für iOS gibt. Und Freema dieses Web-Plugin auch für iOS anbietet, dann habe ich schneller ein iPhone als ihr gucken könnt. Das glaubt immer mal. Also im Moment habe ich wirklich dieses Android-Phone aus drei Gründen. Das sind einmal diese zwei Apps und einmal wegen dem Dual-SIM. Also sprich, damit ich nicht zwei Hände mit mir herumschleppen muss. So, ich mache jetzt hier eben weiter. Und ihr habt schon gemerkt, der Vlog wird heute ein bisschen in den Abend hineingezogen. Ich habe gesagt, das ist mal was Neues. Schaut's mich an. Ich habe es mir gemütlich gemacht auf der Couch und werde jetzt noch ein bisschen weiter chillen. Weil chillen ist ja heute quasi das Thema des Tages. Und ich finde das auch mal wichtig. Man muss ja schließlich mal Mainz sein, Akkus aufladen. Da hat mich beim letzten Vlog ein Jens draufgebracht, den ich hier nochmal grüßen möchte. Grüße an dich Jens. Und ja, ich werde in Zukunft auch ein bisschen chillen. Aber jetzt nicht in den nächsten Vlogs. Weil ich habe noch so viel zu tun und habe noch so viel vor mir. Ich muss ja schließlich noch meine Ziele erreichen, die ich mir vorgenommen habe. Aber ich werde langsam machen. Keine Sorge. So. Ja. Hier werde ich jetzt den Vlog beenden. Diesen kleinen Dienstagsschill Vlog. Weil morgen geht es wieder richtig ran. Also, das kriegt ihr ja nicht mit. Aber ich erzähle euch Donnerstag vielleicht, was so los war am Mittwoch. Bis dahin sage ich, macht was auch, wenn es heute wenig war. Ich sage bis Donnerstag und hab eine gute Zeit. Vielen Dank.